jo leute und somit herzlich willkommen zu einem video auf meinem kanal hendrik schuss neu zu einem premier league mappenupdate der a3 linux lk zu song 20 21 22 also der aktuellen kollektion ja die plus kollektion steht ja in den startlöchern und bald wird sich hoffentlich auch auf meinem kanal kommen und ich dachte mir die serie habe jetzt um weihnachten herum relativ viel geöffnet und natürlich auch noch am anfang des jahres im januar und ich habe euch versprochen dass ich ein mappenupdate zu der serie mache und daher kommen wir uns direkt mal die sammlung an hier vorne drauf es gibt zwei verschiedene cover haben insgesamt fünf spieler mit zaka fauden phillips kvalduin und ihr wisst wer das ist leute ich will dazu nichts sagen ich distanziere mich natürlich auch von den handlungen die er getätigt hat eigentlich sollte man alle karten von ihm auch die kaste karten verbrennen oder halt zumindest zerreißen aber man weiß halt nicht leute aber sowas macht man am ende des tages halt nicht aber trotzdem natürlich schrecklich was er für eine tat getan hat auf der anderen seite sind wir uns daran haben hier die nummern die kann man eigentlich aufbringen aber ich finde das muss nicht sein und dann sehen wir noch unter anderem son sucheck pukki sam maxima und mount ich habe das cover eigentlich nur gewählt wegen sakar weil es arsene ist und arsene meine lieblingsmannschaft aus der premier league ist hier vorne sehen wir direkt wie es halt gewöhnlich ist bei der premier league serie die golden baller und invincible karten auf der ersten seite acht golden baller gibt es ich habe sarkar im mount karl badlevin foden und heugen mason gesammelt wie fehlt hier noch mr greenwood leute möchte ich gar nicht mehr haben dann fehlen mir noch alison und natürlich medicine ich glaube hier kommen wir dessen hin und dahin alles sondern auch die invincible karte das heißt drei golden baller plus die invincible karte fehlen mir noch so sind die teams aufgebaut eigentlich genau gleich wie bei der letztjährigen serie oben links ein club logo unten rechts eine line up mit den sozusagen spielern drauf die sozusagen dann spielen und dann haben wir insgesamt noch 16 ganz normale base karten die line up ist auch in einem base karten look also nicht in einem glitzer design die club logos werden ja auch immer bei der primlix serie nicht so wirklich zu den power karten gezählt aber ich zähle die eigentlich schon immer dazu da die ja glitzern so sehen die teams aus hier natürlich auch viele spieler dabei der serie schon ende august rauskommst die nicht mehr bei dem verein spielen unter anderem ein william hat schon im sommer nicht mehr dort gespielt oder auch verschiedene andere spiele die wir noch später sehen werden aber dazu kann man auch nicht sagen die neue plus collection sieht von den karten her und von den designs komplett anders aus als die normale collection und da muss ich einfach sagen was panini in dieser serie schon rausgehauen hat von der premier league war schon cool aber was in der plus collection könnte ich gerne schon videos angucken ich werde die karten sowieso erst bald öffnen rausgehauen hat einfach geistes karakter das zweite team mit aston willer dann kommen wir zu brandford dieses jahr neu in der premier league machen sich ganz gut auch wenn sie jetzt ein bisschen schwächeln dann haben wir brighton half oben im gesicherten mittelfeld unter anderem mit pascal groß der früher bei ingolstadt war dann haben wir hier letzte base karte die mir noch fehlt bei bernley mit ashley barnes der stürmer der fehlt mir noch der base karten aus der collection vorhanden dann haben wir hier chelsea auch hier alles da unter anderem mit werner würdiger und harvards aus deutscher sicht oder einem kante georgenio oder ein mason mount dann haben wir crystal palace dort gab es ja bis zu diesem punkt plus die reingabe die karten in der normalen collection die sind auch alle in einem ausweist trikot nicht in einem heimtrikot diese vier wort olysee schlubb und mac arthur konnte man ja nur in diesem update set da bekommen fühle ich in ordnung aber vielleicht nicht ist ja dann wieder eine collection wo alles erhältlich ist insgesamt ein bisschen komisch dass jetzt hier dann die stürmer sind hier dann noch verteidiger und alles halt durch gemixt dann haben wir hier bei erwarten das logo war es noch fehlt also wir finden insgesamt auch viele logos auch die version dürfte eigentlich eine collection sein insgesamt habe ich mir so viele spieler die was schlimmes getan haben naja vielleicht verleitet das geld dazu vielleicht auch die liga vielleicht das land man weiß es halt nicht dann haben wir leads das ist ja aufgestiegen dieses jahr auch immer nach premier league dann haben wir leicester bisschen enttäuschen dieses jahr wie ich finde dann kommen wir zu liverpool gut oben dabei mal gucken ob sie noch manchester city schlagen können chelsea sollten auf jeden fall tatsächlich lassen können dann haben wir hier manchester city ein ganzes team mit nur foto studio szenen komplett komisch finde ich das und ja aber cool dass auf jeden fall mensch dass hier die karten trotzdem in der serie enthalten sind dann haben wir manchester united karten hier unter anderem noch nicht ronaldo dabei der war jetzt in diesem star signing set oder das heißt dabei haben wir newcastle die neue reichen auch hier fehlt noch das logo dort wird es bestimmt viele viele update sticker und karten in den serien geben die haben ja sich unter anderem den chris wood gekauft oder auch andere weitere spieler wie trappier dann haben wir hier norwich auch hier fehlt noch das klub logo aber sonst alle karten da die sich echt gut finde ich dieses jahr schlagen aber auch dadurch dass burn lane newcastle leads da und halt auch alle drin hängen und nicht wirklich punkten können dann haben wir southampton richtig gute mannschaft überrascht gerne mal letztens gegen tottenham gewonnen eins zu eins gespielt gegen menschlands die leute also ich finde southampton eine gute mannschaft mit ralf hasenhüttl dann haben wir spurs unter konnte eine solide mannschaft aber keine die oben angreifen kann wird auf jeden fall nächstes jahr europa league oder vielleicht sogar conference league spielen wie dieses jahr dann haben wir ward fort auch die sind unten drin und haben wirklich keine wichtigen punkte die sich holen auch hier sind schon sehr sehr viele spieler vor der saison weg gewesen schalobar ist zu fulham gegangen use ist zu crystal palace gegangen haben wir ein trojene der mittlerweile bei birmingham spielt also viele spieler die nicht mehr dabei sind in der serie das ist ein bisschen blöd an der serie dann haben wir das west ham team ein bisschen auch enttäuscht aber gut hier mit mark nobles letzter karte wird ja sozusagen den verein verlassen seine karriere wenden da kommen wir jetzt zum letzten base karten team mit den wolfs viele portugiesen dabei nicht mehr so viele wenigen jahren zuvor aber wir fahren auch viele adama traurier zu barcelona gewechselt oder auch ein ruhig patrice war schon nicht mehr da und dann kommen wir zu den parker dort hatten wir erst mal hier einen neuen top keeper und neuen defensor frog ist ja bei panini serien immer so dass jede positionskategorie noch mal neuen special karten bekommt auf jeden fall die neue top keeper und defensor frog war noch relativ schnell zu verfallständigen genau wie den neuen game breaker sozusagen die besten mittelfeldspieler dann wir mit den neuen diamonds die neuen best sozusagen jungen spieler mit martinelli mbti james ezee fufana herrn torres mac aarons jau pedro und pietro neto alles kein rookie karten aber auf jeden fall alles sehr sehr junge und gute spieler mit dem schön jewel design aus der euro serie auch gut veredelt und auf jeden fall gibt es auch karten in der sozusagen plus correction die nennt sich goal machine sozusagen die besten torschützen und eben auch so ein schönes design dann passend dazu haben wir noch lighting card sozusagen die besten schnellsten spieler mit timo werner dabei mosalla traurier für alle für ihr tempo bekannt dann haben wir noch die neuen kategorien dies sozusagen dieses jahr zum ersten mal gehabt fire und ice waren halt viel zu oft in den päckchen drin dafür dass glaube ich einen jedem neuen päckchen sein sollte hat man die sehr sehr oft in den päckchen die haben wir fünf feier mit realist ja hier auch beim falschen verein ist raffinja maria sewan bis sacca und sar maxima und dann noch vier eiskarten mit telemanns verminio dem bräune und wort braus ich fandet die alles karte sogar habe ich ein bisschen schöner als die oder findet die eis kann ein bisschen schöner als die feuer karten oder feier dann haben wir hier die heroes die sind auch jedes jahr relativ schwer voll zu bekommen dass so viel dafür gibt dieses team hat eigentlich überfliegen zwei stück manche haben nur eins wie unter anderem hier ersten villa oder auch breiton oder hier bern day aber sonst haben eigentlich alle teams überwiegend zwei hero karten bekommen und auf jeden fall dann hier die lustigen dann bis hier und dann kommen wir zu den lite karten die eigentlich immer am schwersten zu verständigen sind mit den heroes zusammen plus die golden baller und hier sind auch alle da unter anderem ob er mir an mir wurde politisch werden fort und bruno fernandes und dann auf der rückseite noch chalobar kain zu jack cavani und pukki hier unten noch die letzte karte 468 die troff ist immer so dass es die anzahl an karten gibt seit den drei jahren wo panini jetzt die premier-league rechte hat dann wird dieses star sign in karten noch hat jedes team überwiegend auch zwei karten bekommen manche teams haben mehrere karten bekommen und anderen ist das auch wieder nach der reihenfolge wie die teams hier sortiert sind durchnummeriert also die karten sind auch durchnummeriert die es geht direkt hier mit der 469 weiter das heißt man muss die hinter ran machen wenn man nach der nummerierung geht haben wir dann die karten von esten willa arsenal brandford und wrighton nach albany sowie burnley dann hier zwei schelzi karten hat hier unter anderem crystal palace drei karten bekommen zwei karten für erwarten zwei für leeds dann zwei für leicester liverpool manchester city haben nur eine karte bekommen dafür manchester united 3 und newcastle mit nur einer karte und dann wieder jedes team ganz gewohnt mit zwei karten norwich southampton dann tottenham hat drei bekommen zwei für botford zwei für ostelm und noch mal zwei für die wolfs dann hier zwei die misstilie in dem set drin war mit dem webu und gray dann kommen wir zu den ganz normalen lignes dort gibt es insgesamt acht stück plus halt die zwei also insgesamt 20 normalen limited editions viele gab es in zeitschriften oder in den tins und in multipacks dort habe ich mir jetzt einige da tauschen können aus england die kommen noch sind auch auf dem weg auch das wieder nach verein nummeriert oder durchnummeriert und jeder verein hat eine normalen lignes unter anderem haben wir halt raya martin aspi liquetas yunschu tiago de boine dubravka henday rigolion creswell dann gab es diese lentiglua karten da gab es elf stück soweit ich weiß aber ich habe jetzt hier gerade mal sechsten mit smith row harvards manet und watchpost den minitins drin waren beckham aus dem adventskalender und rooney aus dem start-up pick ich glaube es gibt noch martinis den hat man nur beim panini online store bekommen in england gibt es noch einen ihenaccio soweit ich weiß den man auch nur in der zeitschrift bekommen hat und halt noch eins zwei weitere soweit ich weiß hier rooney und beckham die einzigen finde ich ein bisschen schade dann haben wir noch ein game guide dieses große invincible poster und das war es jetzt soweit erst mal von der normalen collection plus das das signing set jetzt bald kommt die plus collection raus ist halt raus wenn das video ungefähr kommen wird und wenn es euch gefallen hat das doch gerne einen daumen nach oben da wenn ihr noch eine der drei logo karten invincible top master oder halt die base karte von ashley barnes habt schreibt mir jetzt gerne in die kommentare ich werde euch das auch noch mal unten alles in die kommentare schreiben und in die beschreibung was mir noch fehlt wenn es euch gefallen hat das gerne daumen nach oben da steht hier noch die primary class aus genau wie hier ihr könnt ihr abonnieren und hier noch ein volles video aus checken wir uns zum nächsten mal tschüssi kaufstilie